Ja, deswegen. Und der hat schon nur 1000 Karma. Du wärst gestorben. Weißt du da grad ne Feuergranate? Das ist KOS-Grund. Das war keine Absicht, ich will hier keinen Haken. Boah, das war die Prämie. Das war ja richtig geil, Pinguin. Pinguin, Pinguin. Boah, du bist der beste Traitor, den ich je gesehen hab. Die Runde musst du unbedingt hochladen. Das ist ja richtig geil gewesen. Erst den Eintöten, der da drunter schubsen, dann doch Eintöten und doch Eintöten. Oh, das ist Nubi. Ja, aber ist doch trotzdem geil und du... Ne, ne, lad es doch nicht hoch. Ne, jetzt hast du alles verkackt.